Am 20. Juni ist es soweit, denn dort findet das große Sommer Murtal Open Air statt. Mit dabei zum Beispiel die Nuckis, Boxclub Matthias Reim und natürlich auch wir die jungen Zillertaler. Also seid dabei, holt euch jetzt schon die Tickets. Nicht vergessen, 20. Juni, großes Sommer Open Air Murtal mit uns, mit den jungen Zillertalern. Ja, 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 ja.